Ja, euch noch einen wunderschönen guten Morgen auf meinem Unboxing-and-Stream-Kanal. Wisst ihr, ich finde die Geschichte ein bisschen kurios, wenn ein Betreiber sagt, du hast noch 19,90 Euro offen, obwohl die längst am Montag abbezahlt worden sind. Also irgendetwas stimmt nicht. Vielleicht hängt das mit diesem blöden Feiertag zusammen, wo Banken eigentlich lieber ihren Hintern, ihr wisst schon, zu Hause bleiben lassen. Und es kann ehrlich gesagt nicht wahr sein. Ich kann sogar belegen, dass ich bezahlt habe. Entweder hat mein Betreiber noch das Geld nicht eingezogen oder ich weiß es nicht. Aber ich finde es irgendwie traurig. Und deswegen habe ich auch gestern explizit nachgefragt und bis heute schweigt der Betreiber noch wie ein Grab. Aber vielleicht finde ich dann raus, was da los war. Weil ich habe definitiv keinen Fehler gemacht. Ich habe alles korrekt gemacht. Und ja, irgendetwas stimmt mit der Bank, glaube ich nicht. Weil es wäre ja ein Blödsinn, wenn ich die Rechnung zweimal bezahlen würde. Weil dann hätte ich ja insgesamt 40 Euro gezahlt, statt die 20 Euro. Ja, wie auch immer. Ja, bei der Umschie stehtson.